Hallo liebe Freunde, wir kommen jetzt zu einem neuen Video und schon habe ich einen ganz netten Kommentar gekriegt. Und vorne stand da, hallo Pascal, ich wünsche mir gern etwas über Auto. Also, mir jetzt mein Wunsch. Dann habe ich gesagt, okay, ist gut, ist gut, mache ich für dich etwas über Auto. Es gibt viele Modelle, es gibt viele Modelle über Auto. Es gibt Autos, die man, bevor ich das über Auto erkläre. Ich werde zuerst einmal ein Monster-Energy-Drink trinken. Weil das ist einfach, es hat den Taurin. Von Tauri heißt es nicht Tauri, es ist Tauri. Und so. Das ist wirklich. Okay. Was haben wir über Auto wissen? Und so. Autos sind das, was man... Ich finde, über Autos, viele wissen, es ist halt schon recht etwas... Ich habe zuerst etwas gewünscht. Der, der heisst wahrscheinlich Jamel. Du hättest gerne Jamel. Jamel hat etwas gewünscht über Auto. Danke Jamel, Andi, Bratan. Du hast etwas über Auto gewünscht. Ja, zuversichtlich. Ein paar Karten hier, über Autos. Wallah, wo habe ich denn die? Also. Wir nehmen heute auch einmal... Das hier. Da kann man viel über Auto lernen. Und viel wissen über Auto. Weil Auto an sich ist top. Okay. Über Autos. Was sind... Was? Autos sind die einmal auf der Strasse, wie man heutzutage sieht. Ähm. Ich finde, Autos an sich ist eigentlich ein Thema, das er gerne will haben. Ein bisschen gekriegt daran. Und jetzt einfach von 1 bis 8. Von 1 bis 8 habe ich jetzt Auto. A, A. A, C, D, B, ja. Egal. Ja, das ist... A, A, D... Okay. Bevor wir jetzt starten, wäre cool, wenn wir noch abonnieren würden. Donativieren. Und einen netten Kommentar schreiben. Für dich einen netten Kommentar. Oder einen raueigen Wünsch. Wünsch, den ich gerne habe. Also Wünsch für Einzelkünste jetzt über Autos. Oder irgendwas. Ihr müsst bitte mir sagen. Ein Kommentar in den Kommentar schreiben. Was ihr für ein Wünsch habt. Ob es über Autos. Oder über Lastwege. Über Traktoren. Oder irgendwas, was euch für ein Thema beschäftigt. Und gestern habe ich geschrieben. Weil Thema Auto. Thema über Auto. So. Okay. Ich nehme jetzt mal so die normalste Weiger. Auser. Auch die jäscher schöner Weiger. Natürlich. Ich habe nicht über Auto. Wünsch, wenn ich schon gerade bin. Okay. Ich nehme jetzt meinen Bandler. Auch wenn ich den Bandler fahre. Das ist schon gerade. Auto Motorsport. Okay. Okay. Ich bin nicht der Pass, wenn es kein Auto geben wird. Ich habe sonst nicht ein Auto hier. Aber ich darf natürlich nicht über Autos reden. Und jetzt habe ich den. Den. Du. Du musst. Jetzt. anfangen. Okay. Okay. Kennst du? Er hat sich ja Auto gewusst. Dass er etwas über Auto wissen will. Er ist auch sein Wunsch. Sein Wunsch ist auch, jetzt über Auto etwas zu wissen. Es ist so. Man überlegt. Ein Auto. Ein Auto mit Motor. Jeder Auto hat den gleichen Motor. Ich will jetzt einen mal an. Kann ich da irgendetwas, was ihm jetzt mehr helfen kann? Fangen wir mit Nummer 2 an. Nummer 2 sind Auto-Motor-Sport. Superdrift. 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 Okay, wir machen das so offen. So sehen wir natürlich. Zahl 2. Blau hier mit Glitzer. Das ist irgendwie eine Karte, die man am Anfang sieht. Am Anfang vom Auto. So. Hier sind so Spielanleitungen. Ja. Man kann Wörtchen auch. Auch Wörtchen. So von unten. Und da. So, wie gut. Okay. Ich habe viele Autos, die recht viele Pässe haben. Ich habe gesagt, er hat 600 Pässe. Aber 600 Pässe. Ich habe einmal überlegt. 600 Pässe. Der ist... ...100... ...4... ...136 Kilo. Das ist auch recht viel für ein Auto. Trotzdem. Trotzdem. Die Hinten ist 3... ...7... ...397... ...399 cm. ...Centimeter. Okay, ich finde einen McLaren. ...Harmann McLaren. Ich habe ja auch den Hersteller von einem Auto. 560 Pässe. Okay. Ich habe da auch einladen. Ich habe etwas über Auto. Und darum. Ich habe ihm etwas über Auto wünscht. Sie sind wunderschön. Wenn er das kriegt, dann kriegt er es. Und ich habe zu sagen, dass er mich sehr freut. Wenn er etwas über Auto lernt. Ja. Sorry. Das ist kröp so. Ja. Fiat. Das ist wie ein McLaren. Hamborghini. Und das ist jetzt ein Award. Für ein Award. Geil. Und wir haben... VW. Ich habe mal einen Lager. Das ist ein Bunch, Mann. Nein, nein, nein. Wenn er das will. Coupé R8. Und BMW. Ich finde R8 auch. Papp. Und er will das über etwas Auto. Er wünscht sich etwas über Autos. So, weiterhin. Er ist gut. Das ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Für mich. Nein, es ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Es ist gut. Ich bin sicher. Ähm, boah, jetzt. V12. Prrrr. 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 Er ist umgekehrt. Bra. Mercedes. Er hat etwas über das Auto. Und er hat es gewünscht. Er hat es gewünscht. Oh, ein CSL 500. Wo ist ein CSL 500? Wo ist ein CSL 500? Wo ist ein CSL? Wo ist ein CSL? Wo ist ein CSL? Wo ist ein CSL? Ich weiss, wir haben ihn doch. Einmal. wo ist ein CSL. wo ist ein CSL 500? Wo ist es? Ein CSL!